Herzlich Willkommen in der Bleiberg-Quelle. Hier ist das Zuhause der Schwesternschaft. Hier begegnet man sich, hier lebt man Gemeinschaft. Zu unseren Aufgaben gehört das Bildungszentrum und das Wohnen und Leben hier auf dem Gelände. Hier wollen wir etwas von unserem Glauben an Jesus Christus weitergeben. In unseren Schulen wollen wir natürlich gute Schule machen, auch mit unseren innovativen pädagogischen Konzepten. Dabei ist es uns wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und wir nicht nur Wissen vermitteln. Als diakonischer Träger ist es uns wichtig, dass im Schulalltag Möglichkeit besteht, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen und den Werten, die damit zusammenhängen. Als integrierte Gesamtschule verfolgen wir ein individualisiertes Lernsystem, das sich bei uns in Lernbüros niederschlägt. Jeder Schüler erhält auf ihn bezogene Lernmaterialien, die ihm einen ganz individuellen Vorgang und Lernen ermöglichen. Das sind Kompetenzen, die er später beim Lernen, beim Leben sicherlich gut auch verwenden kann. Wir arbeiten hier an der christlichen Gesamtschule schon seit der Gründung im inklusiven Klassenverband. Und dabei sind wir Sonderpädagogen, fester Bestandteil des Lehrerkollegiums und sogar darüber hinaus Teil des Klassenlehrerteams. Wir haben hier Ausbildungen im Sekundarbereich 2 von dem Hauptschulabstand. Bis zum Abitur, aber auch eben halt berufliche Ausbildungen können gemacht werden, zum Beispiel Kinderpflege, Sozialassistent und Erzieherausbildung. Uns an der Schule freue ich mich, dass wir hier sehr engagierte Kollegen haben, die methodisch, didaktisch gut ausgebildet sind und hier sehr Schüler zugewandt mit ihren stärkten Kompetenzen fördern. Es geht also nicht nur um Lernen von Wissen, sondern eben auch um den Erwerb von Kompetenzen, von beruflicher Handlungskompetenz, dass man schon in der Schule gemeinsam mit den Schülern ganz zielgerichtet ausbauen kann oder üben kann. Wir Quellenzwerge sehen uns als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Einrichtungen hier auf dem Gelände. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist unser großer Schwerpunkt. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist unser Schwerpunkt. Untertitelung des ZDF, 2020